Was geht ab, Likansportfreund und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMA. Hamza Chimaev hat nach dem UFC 273 Kampf gegen Gilbert Burns einige Blessuren davon getragen, hat natürlich auch ordentlich Schaden genommen, viele, viele Schläge eingesteckt und jetzt hat er nach dem Kampf in einem Interview nochmal ganz genau Revue passieren lassen, ganz entspannt, warum er so gehandelt hat, wie er gehandelt hat und was seine Intention war, was er zum Kampf sagt und vieles, vieles mehr. Wenn es euch gefällt, Freunde, lasst unbedingt gerne ein Like und ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Danke für den krassen Support, viel Spaß bei diesem Video. Viele waren verwundert darüber, dass Hamza Chimaev diesen Kampf komplett im Stand bestritten hat, denn wie wir gesehen haben, hat Burns ihn dadurch riesige Probleme gemacht. Hamza Chimaev ist dafür bekannt, für sein krasses Wrestling und nicht unbedingt ein großes Risiko im Stand einzugehen. Aber Hamza Chimaev wollte sich hier in diesem Kampf was beweisen. Hamza Chimaev wollte ihn wirklich ausknocken, das hat er so in diesem Interview gesagt. Ich hätte es nicht tun sollen. Mein Coach hat mehrmals auf mich eingeredet während des Kampfes, hat mich angeschrien und hat gesagt, hey, geh für den Takedown, shoote, du kannst ihn doch easy runterholen, der Takedown läuft doch, shoote doch. Warum riskierst du so viel, warum tust du das so? Und dann habe ich auch wirklich realisiert, er hat recht, aber mir war es so egal in dem Moment. Ich wollte einfach für den Knockout gehen, ich wollte Gilbert Burns wirklich fertig machen und mir in dem Sinne selber was beweisen. Und hier muss man auch an dieser Stelle sagen, Hamza Chimaev hat im Vorfeld gesagt gehabt, er will wirklich eine Schlacht. Er will, dass er blutet, er will, dass er wirklich von seinem Gegner getestet wird. Das hatte er damals in einem Interview gesagt, hört selber mal kurz rein. Ich habe immer wieder fünf Räunde gespielt. Ich gehe jeden Tag und gehe auf die Beine und denke, dass er mir diesen Räumen wird. Ich hoffe, dass er mir diesen Räumen wird. Aber es ist auch wichtig, es ist nicht so wichtig. Wenn ihr schaut, es ist schnell, es ist 17 Sekunden, 3 Minuten, 2 Minuten. Ich möchte sich selbst selbst in einem Räumen sehen, dass er sich in den letzten Räumen befindet. Und hier muss man jetzt auch an dieser Stelle sagen, dass Hamza Chimaev ganz klar natürlich schlagbar ist. Man hat es gesehen, wenn Hamza Chimaev im Stand bleibt, kann er wirklich diesen Kampf verlieren. Und wie es dann gegen Usman aussieht, wird man noch sehen. Dazu werde ich auch nochmal mit euch sprechen. Aber Hamza Chimaev ist auf jeden Fall trotzdem als Nummer 11 gegen den Zweitplatzierten, ein Gilbert Burns, der auch ein Kamaru Usman fast ausgenockt hat, drei Runden gegangen und das im Stand. Obwohl er eigentlich ein Wrestler ist und seit vier Jahren erst MMA macht und seit vier, fünf Jahren erst boxt. Und dafür ist es krank. Er ist erst 27 Jahre alt, steht kurz vor seiner Prime. Und ich denke, so einen Kampf hat er auch mal gebraucht, um ein bisschen auf den Boden zu kommen, um ein bisschen taktischer zu kämpfen. Er sagte, er hat die Taktik komplett weggelassen, seinen Kopf ausgeschaltet und wollte einfach für den Knockout gehen. Das war ein großer Fehler. Und diesen Fehler wird er, denke ich, nicht nochmal machen. Ich denke, er wird den Fight IQ steigern und versuchen, den Kampf möglichst intelligent wie immer zu gewinnen. Ich denke, er hat das Potenzial, viele, viele Leute mit seinem Wrestling zu dominieren. Im Stand ist er auch einfach stark, er hat Knockout-Power, wir haben es gesehen. Aber gegen Gilbert Burns hätte er einfach wirklich den intelligenten Weg nehmen müssen. Aber ja, schreibt mir eure Mann dazu gerne in die Kommentare, Freunde. Ansonsten, was denkt ihr über den Fight? Bis zum nächsten Mal hier bei No Time in May.